Herzlich willkommen in der Casino-Gemeinde in Bielefeld. Mein Name ist Michael Isak und ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Wir wohnen hier in diesem schönen Gebäude und ja, wie soll ich unsere Gemeinde in wenigen Worten beschreiben? Casino-Gemeinde ist für mich Familie. Eine Familie, die einfach Gott dient. Für mich ist Gemeinde Familie und Zuhause. Gemeinde ist für mich ein Krankenhaus für solche gestörten Leute wie ich. Ich bin so was von begeistert, bei diesem Aufbruch, den wir erleben in der Gemeinde, teilzuhaben. Für mich ist die Casino-Gemeinde ein Ort, wo ich Jesus weitergeben kann, zu meinen Brüdern und Schäden. Und es ist auch ein Ort, wo ich Jesus erleben kann. Mir bedeuten die Gemeinde unheimlich viel, auch die Gottesdienste jeden Sonntag. Ansonsten habe ich viele Kontakte, mit denen ich, wo ich auch telefoniere zwischendurch. Ich liebe meine Gemeinde, weil bei uns zeichenhaft Gottesherrschaft sichtbar wird. Und ich liebe meine Gemeinde, weil ich bei den Wundergemeinden mit dabei sein kann und mitmachen darf. Ich mag es in der Kirche zu gehen, wegen der Aktivitäten. Meine Gemeinde ist offen für Neues und ziehe jede neue Herausforderung mit der Kraft des Heiligen Geistes gerne an. Also was mir an Gemeinde ganz besonders gefällt, ist, dass ich mir die Leute nicht aussuche, sondern Gott stellt sie mir zur Seite. Und ich darf an jedem ein ganzes Stück lernen und an jedem den Reichtum Gottes erkennen, den er in die Gemeinde hineingelegt hat. Das ist für mich faszinierend. Welcher älter ich werde, desto mehr fasziniert mich gerade diese Sache. Ich mag es in die Kirche zu gehen, wegen den Menschen hier. Die Gemeinde ist für mich ein Ort, wo ich sein kann, wie ich bin, ohne verurteilt zu werden. Und ich liebe meine Gemeinde, weil Jesus sie auch liebt. Wir als Familie lieben diese Gemeinde. Wir sind sehr gut in der Gemeinde angekommen. Man hat uns sehr freundlich aufgenommen. Man hat uns nicht geschlagen, man hat uns nicht geknebelt, nicht gefoltert, sondern im Gegenteil, mit offen Armen, offenherzig haben wir uns begrüßt. Und wir haben uns seitdem sehr gut in der Gemeinde eingelebt und freuen uns einfach, zusammen mit der Gemeinde für Jesus unterwegs zu sein, die gute Botschaft zu verkündigen und hoffen, und dass wir gemeinsam als Team viele Menschen mit der guten Nachricht erreichen können.